Musik Hey Girls, ihr könnt euch nicht vorstellen, wen ich getroffen habe. Was? Superman? Oder Batman? Nein, was ganz anderes. Jetzt hast du uns sehr neugierig gemacht. Dann sag doch bitte, von wem du gerade schwärmst. Spider-Man? What? Doch nicht etwa der kleine naive junge Mann? Ich bitte dich, Spider-Man ist eben cool, aber er hat auch keine Muskeln und lebt noch bei seiner Tante. Da kenne ich noch einen besseren Mann, der wirklich was drauf hat. Jetzt hast du uns aber neugierig gemacht. Von wem du da so schwärmst, liebe Miss Superwoman? Na komm schon, wer ist es? Oder ist deine Stimme verschlagen? Hm, Captain America. Was gibt es denn da blöd zu kichern? Jeder hat eben einen eigenen zweiten Superman. Hey! Hey Girls! Oh, I'm... Hä? Hey Batwoman, es ist kein günstiger Zeitpunkt, um was Schönes zu träumen. Lass es sein, Superwoman. Sie wird eh von selbst wieder aufwachen. Wie wär's, wenn wir uns den neuen X-Men-Film ansehen? Das klingt nach einem wunderbaren Angebot, Wonder Woman. Wie wär's, wenn wir uns den neuen X-Men-Film ansehen? Wie wär's, wenn wir uns den neuen Karten auch auswachen?